Servus Leute und willkommen zurück. Also, ich glaube wir werden diesmal wieder eine Armee verlieren. Wir hatten in der letzten Folge die bisher längste Schlacht, glaube ich. Gegen die Zwerge, genauer gesagt es waren vier Armeen, drei Armeen und ein Typ. Und es war brutal, es war richtig brutal, aber wir haben gewonnen unter sehr massiven, hohen Verlusten. Ja, aber jetzt ist da noch eine Armeen, die mich angreift. Und ja, ich weiß nicht, ob ich die besiege. Ja. Oh Gott! Hier greift die Kurbelwagen an. Du greifst die Wildschweine an. Das ist ein Massagei, was jetzt hier erfolgt. Die Wildschweine an. Ich habe hier schon die ersten Leute von mir, die fliehen. Keine Chance. Ja, die meisten von meinen Leuten fliehen jetzt schon. Ja, die meisten von meinen Leuten fliehen. Ja, die meisten von meinen Leuten fliehen. Das ist da. Das bringt eigentlich gar nichts, dass ich da jetzt wirklich groß was mache. Ich hätte abhauen sollen. Ich hätte abhauen sollen. Das ist das. Ja, das ist das. Ja. Das war's. Blöden Flustrolle da. Blöden Flustrolle da. Mein armer General, der macht da echt einiges mit. Blöden Flustrolle da. Blöden Flustrolle da. Blöden Flustrolle da. Blöden Flustrolle da. Okay. 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 Oh, man. Okay. 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 Die Heilung ist gut, die bringt mir wieder ein bisschen was. Okay. 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 So, come. Ah. 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 Okay. 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 So, Generaltod, das war's. Naja, wenigstens aus einer normalen Niederlage wurde jetzt eine mannhaft, das heißt ich habe viele, viele Verluste zugefügt. Aber ich habe wieder eine Armee verloren. Shit. Wir haben sogar mehr getötet als die von uns. Ah, Mann. Das ärgert mich jetzt. Das ist eine große Zeit. Oh, guck mal. 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 Nee, nee. Die Schlacht schlage ich jetzt selbst. Gut. Der hat halt ein Level 50er, das ist das Problem. Der ist halt schön angeschlagen jetzt, das ist mein Vorteil. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Oh, guck mal. Bäck mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, erledigt die Riesen hier, verdammt Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, Martin, fertig. Ja, Martin, fertig. So, so viel wie es geht erledigen, Leute. So, so viel wie es geht. 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 So viel wie es geht. So, 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 so, so viel wie es geht. So, so viel wie es geht. So, so viel wie es geht. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm, das sind jetzt unter 100 Wir sind denen 10 zu 1 überlegen, verdammt Komm, erledige du jetzt noch die Flustrolle Ja, wir haben gewonnen Demon prince Destroy everything Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Schade, ich hätte es jetzt noch gerne erwischt. Hui, okay, nicht so eskalierend wie die letzte Folge, aber ja, trotzdem nah dran. Aber mein Gott, ey, das war... Das war ein knappes Gemetzel hier. Ich hätte nicht erwartet, dass das noch so heftig wird. Vor allem, dass ich jetzt auch wieder so viele Verluste hab. Das war's für heute. So. Das war's für heute. Ja, gefühlt bin ich gar nicht vorangekommen. Da läuft noch mehr von Nagash. Ich glaub's ja nicht. Oh, guck mal, der ist bis dahin. Oh, dann kann ich aber jetzt da unten auch ein bisschen was machen. Das ist gut. Ich rekrutiere den, dann habe ich wenigstens Truppen. Mein Gott, ey. Gut. Leute, das war's dann mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Und mal schauen, wie es da unten im Süden von Bretonien jetzt... Bretonier jetzt weitergeht. Weil wenn da jetzt eine Armee von, äh... Camry rumläuft, ja, da hab ich halt auch meine Probleme. Und vor allem das, was da jetzt noch rumläuft, dürfte alles ein ziemlich hohes Level haben. Ja, das war klar. Ah, Mann. Gut, dass ich es noch gemerkt habe, dass meine Leute da jetzt wenigstens ein bisschen rumlaufen können. Oh, da kommt jetzt noch die nächste Armee, super. Super. Oha, ja. Gebt mir Geld. Gut. Dann macht's gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschau.